Ja, du sagst es richtig, ich bin gerade auch bei der Demonstration. Und Verkehrsbehinderungen wird es wohl wirklich geben, denn ich befinde mich gerade am Ring. Dort wird gegen Fahrtrichtung marschiert, wie man es auch schon von vergangenen Samstagen kennt. Und es sind viele Leute inzwischen da, rund 1.500 bis 2.000 sind es geworden. Das sind immerhin noch weniger, als die Veranstalter angekündigt haben. Die haben auf 3.000 gehofft. Diese Zahl, die wurde wohl nicht erreicht, eben nach Schätzungen von manchen Personen, mit denen ich auch schon gesprochen habe. Die haben gesagt, es sind wohl rund 1.500 bis 2.000 geworden. Damit ist man aber dennoch zufrieden, denn die Impfpflicht, die wurde ja auch ausgesetzt. Wir sehen uns das jetzt auch kurz an. Ja zur Neutralität, nein zur Kriegshetze, Volksaufstand jetzt, direkte Demokratie jetzt. Das sind so die Dinge für die heute und gegen die heute demonstriert wird. Also, um es kurz zusammenzufassen, zwei große Themen gibt es. Ein großer Themenblock, der befasst sich noch immer mit der Impfpflicht, auch wenn die Impfpflicht ausgesetzt wurde. Das liegt daran, dass hier die große Angst ist, dass die Impfpflicht im Herbst wiederkommt mit scharfen Sanktionen. Anscheinend geht auch hier das Gerücht um, dass es im Herbst noch viel schlimmere Sanktionen bei der Impfpflicht geben wird, noch viel schlimmere Staffen als bisher geplant sind. Davon weiß man allerdings von offizieller Seite noch nichts. Offiziell ist nur, dass die Impfpflicht ausgesetzt wurde. Das zweite große Thema, das heißt Ja zur Neutralität, nein zur Kriegshetze, das kritisiert. Also, das ist das zweite Thema, dass sich Österreich in den Krieg einmischt von Russland und der Ukraine. Und im Hintergrund sind auch ein paar Russland-Flaggen zu sehen. Das heißt, viele Leute stehen ja auch auf einer Seite, die man wohl nicht so erwartet hätte, sage ich jetzt ganz wertfrei. Also, das sind die beiden großen Themen. Man ist ja gegen die Sanktionen, die Österreich gegen Russland hat. Und man ist auch gegen die Impfpflicht, auch wenn sie schon ausgesetzt wurde, einfach auch aufgrund der Angst, dass diese Impfpflicht wiederkommen könnte. Was hier oft skandiert wird, ist auch Freiheit, Widerstand und Neutralität. Also, Neutralität ist natürlich wieder das Russland-Thema, auf das hier sehr wohl geachtet wird, unter dem auch sehr viele Leute hier stehen, mit denen ich schon sprechen konnte. Außerdem Widerstand, das kennen wir auch schon von vergangenen Demonstrationen, dass immer wieder Widerstand gerufen und skandiert wird. Man sieht auch, vorne sind ein paar Polizisten. Wenn wir uns das kurz ansehen hier vorne, Polizisten sind natürlich wie immer auch da, um darauf noch kurz einzugehen. Vorne hier sind wohl rund 15 bis 20 Polizisten, hinten auch nochmal das Gleiche. Was man aber auch zusammenfassend auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass es wohl auch, da es schon den Freiheitstag gegeben hat, und einfach die meisten Maßnahmen bis auf Wien schon überall gefallen sind und auch eben die Impfpflicht, dass um einiges weniger los ist als bei vergangenen Demonstrationen. Da gab es schon rund 100.000 Demonstrierende vor mehreren Monaten, als es auch mehr Maßnahmen gab. Nun sind es also rund 1.500 bis 2.500. Lieber Marvin,